Heute mal ein paar Gedanken zu einem Text von Udo aus einem Selbstgespräch. Da ist der Former. Ich brauche einen Former. Ich brauche das Material, wenn ich meine rote Knete immer so nehme. Das wäre jetzt der Computer, die Form. Praktisch das, was auftaucht. Der Former wäre jetzt zuerst einmal das Programm. Aber wir müssen wissen, wenn du einen Computer hast, läuft dein Programm nicht. Es braucht ein Betriebssystem. Das ist JCH. Der Computer selbst ist UP. Da ist also ein Computer, der Heilige Geist UP, und der ist ein Former. Und das ist mein Programm. Und damit das formen kann, ist da ein Betriebssystem mit der Bezeichnung JCH. Weiter im Text. Und das rote Ich in Verbindung mit seinem blauen Ich, mit seinem speziellen Programm, ist dann das Programm. Gut. Hier ist es ein bisschen durcheinander. Du kannst du zuerst meinen. Wir müssen sonst noch mit der Bezeichnung.